Bist du auch stolzer Tierbesitzer? Ich selbst zähle drei Hunde und zwei Pferde zu meiner Familie. Für viele Menschen ist ihr Haustier ja einfach der treuste Wegbegleiter und ein wirklich geliebtes Familienmitglied. Und unserem Liebling wollen wir natürlich nur das Beste geben. Wir verbringen ja viel Zeit mit unseren Tieren und möchten, dass sie sich einfach pudelwohl fühlen. Wie gut, dass es für die perfekte Fellpflege unser Aloe Veterinary Formula gibt. Dieses Tierpflegespray enthält 80 Prozent reines Aloe Vera Gel und spendet damit viel Feuchtigkeit. Egal ob Hund, Katze, Hamster oder Pferd, stumpfes und verfilztes Fell erhält wieder viel Glanz und Geschmeidigkeit. Das Veterinary Spray reinigt schonend und beruhigt irritierte, trockene oder auch schuppige Hautstellen. Du kannst es einfach nach Belieben auf das Fell sprühen und verteilen und wirst sofort merken, dass das Fell leicht erkennbar ist und dein Liebling das Bürsten als viel angenehmer und schonender empfinden wird. Bei langem Unterfell kannst du nach dem Aufsprühen viel besser die Unterwolle rausholen und auch verfilztes Fell kann so leichter entwirrt werden. Das Ergebnis ist weiches und glänzendes Fell für unsere besten Freunde. Die praktische Spray- Funktion erleichtert übrigens die Pflege bei jeder Tiergröße und Art. Du kommst damit problemlos an alle Stellen ran. Kennst du das auch? Dein Hund kratzt sich oder deine Katze leckt sich immer wieder an derselben Stelle oder dein Pferd schlägt ungewöhnlich oft mit dem Schweif um sich? Wahrscheinlich leiden sie unter einem unangenehmen Juckreiz. Du solltest hier sofort einschreiten, sodass die wunde Stelle nicht noch schlimmer wird und sie regelmäßig mit Aloe Veterinäre Formula einsprühen. Denn hier profitiert die gestresste und berührungsempfindliche Tierhaut besonders von der Sprühfunktion. Du musst das Produkt nicht mit den Fingern verteilen, sondern kannst es einfach aufsprühen und dein Tier wird den wohltuenden Effekt sofort spüren. Das Spray leistet übrigens auch hervorragende Hautpflege bei Insektenstichen und Milbenbefall. Aber unser Allrounder kann noch mehr. Verschmutzte Ohren und Pfoden kannst du prima damit sauber machen. Und mit Wasser verdünnt ist das Produkt sehr gut geeignet zur Reinigung von müden und gereizten Augen. Aber keine Sorge, das Spray ist natürlich bestens verträglich, auch wenn sich dein Tier nach dem Aufsprühen mal ablecken sollte. Und jetzt habe ich noch ein paar besondere Tipps für dich. Verwöhne deinen Liebling doch mal mit einer schönen Massage mit unserem speziellen Pflegehandschuh für Tiere. Nach dem Aufsprühen aufs Fell kannst du Aloe Veterinäre Formula wunderbar mit dem Pflegehandschuh ins Fell einarbeiten. Manche Tiere lassen sich auch nicht so gerne einsprühen und sind etwas schreckhaft. Auch hier ist der Pflegehandschuh ein perfektes Hilfsmittel, indem du das Spray einfach direkt auf den Handschuh gibst. Und für unsere besonders kleinen Freunde kannst du das Spray in unserem praktischen Minisprüher füllen und die Dosis noch besser regulieren. Ist übrigens auch super praktisch für unterwegs, wenn zum Beispiel mal spontan eine Jugendhautstelle schnell beruhigt werden muss. Der Sprüher sollte also in keiner Tierhalterhandtasche fehlen. Wie du siehst, unser Aloe Veterinäre Formula Spray ist ein vielseitiges Spitzenprodukt und wird deinem Tier viel Wohltat schenken. Ich wünsche dir und deinem Liebling viel Spaß und Wohlbefinden mit den Produkten von Forever.